7 Zeichen, wie das Universum dich zu deinem Schicksal führt Wenn du beginnst, zu sehen und zu fühlen, dass sich dein Leben verändert, und zwar auf positive Weise, dann wisse, dass das Universum dich zu deinem Schicksal führt. Es gibt Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, verloren zu sein. Manchmal bleibt dieses Gefühl für eine lange Zeit bestehen, und wir glauben, dass es etwas geben wird, das uns den Weg zeigt. Wenn du das Geheimnis gesehen hast, musst du angefangen haben, zu glauben, dass das Universum sich auf verschiedene Arten manifestiert, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Aber dann fängst du an, dich zu fragen, wie es für dich funktioniert. Hier sind sieben Zeichen, dass das Universum euch zu eurem Schicksal führt. 1. Dein Leben wird plötzlich ereignisreich Dein Leben war irgendwie langweilig gewesen. Es geschahen nicht viele Ereignisse, und du hattest keine Freunde. Die Nostalgie über die wilden Zeiten der Vergangenheit scheint viel mehr Kontrolle über dein Leben zu nehmen, als du es dir wünschen würdest. Aber jetzt, ganz plötzlich, ändert sich alles. Plötzlich feiern deine Freunde eine Party, und du wirst ihr Hauptgast. Neue Freunde kommen in dein Leben. Und obwohl es nicht wie in den wilden Zeiten der Vergangenheit sein mag, wirst du das Gefühl haben, dass dein Leben eine unerwartete Wendung genommen hat. Alles bewegt sich im Moment in einem rasenden Tempo. Bestätige dich selbst. Ich werde mich für all diese Einladungen öffnen und Ja zu ihnen sagen. 2. Du bist für deinen Zweck am Leben. Du wusstest, dass du einen Hunger in dir hast. Du wolltest bekommen, was du willst. Aber irgendwie wurde dieser Hunger gedämpft. Das Feuer, das einst in dir wütete, schlief. Wenn das Universum an deine Seite kommt, entflammt das Feuer von Neuem. Es brennt und hält dich Tag und Nacht wach. Es mag dich beunruhigen und motivieren zugleich, aber es macht dir nichts aus. Alles dreht sich um deine Absicht und das ist es, was zählt. Bestätige dich dem Universum gegenüber. Danke, dass du mich zur rechten Zeit auf meine Bestimmung ausgerichtet hast. 3. Möglichkeiten kommen zu dir. Es ist kein Wunder, dass, wenn neue Einladungen und Freundschaften entstehen, du neue Erfahrungen in deinem Leben machen wirst. Und mit neuen Erfahrungen kommen neue Möglichkeiten. Dein Herz wurde dir schon einmal gebrochen. Du hast Mauern errichtet und hast nie zugelassen, dass etwas auf dich zukommt und dich beeinflusst. Jetzt aber ist es an der Zeit, diese Mauern zu durchbrechen. Öffne dich für die Welt der Erfahrungen, die Welt der Möglichkeiten. Das Universum bringt dir eine Menge Geschenke. Wehre dich nicht. Versucht, mit dem Fluss zu gehen und zu sehen, wohin das Universum euch führt. 4. Deine Seelenfamilie beginnt zusammenzukommen. Mitglieder aus einer Seelenfamilie müssen nicht unbedingt blutsverwandt sein. Es sind Menschen, die in dein Leben kommen und eine ganz neue Definition in dein Leben bringen. Es sind die Menschen, die spirituell mit dir auf derselben Seite stehen. Wenn du sie triffst, werden sie dein Leben einfach vollkommen beleben. Es muss nicht romantisch sein. Sie können auch deine Seelenschwestern oder Brüder sein. Sie können auch deine Freunde sein und werden somit Seelenverwandte. Das sind Menschen, mit denen sich alles richtig anfühlt. Und je mehr das Universum sie zu dir schickt, desto mehr wirst du ein großes Leben haben, das auf dich zukommt. Bestätige. Ich bin dankbar für all die Seelenverwandten, die ich überall auf der Welt habe. Und sie nähren meine Seele. 5. Deine sensiblen Energien beginnen zu wachsen. Wenn das Universum dich führt, beginnt deine Intuition höher zu werden als sonst. Du bist mit dem Universum ausgerichtet und als Folge davon wirst du einen starken Schwingungseinfluss haben. Die Schwingungen der anderen werden beginnen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und du wirst absichtlich an dem spezifischen Ort sein, an dem du sein möchtest. Wahrscheinlich wirst du während dieser Zeit nicht in einer Kneipe sein, wegen all der negativen Schwingungen, die dort auf dich zukommen können. Dies wird jedoch deine eigene Wahl sein. Bestätige. Ich bin intuitiv geworden. Und es wird mir jetzt in den meisten meiner Situationen dienen. 6. Du bist voller Freude. Alles um dich herum scheint ein Eigenleben zu haben. Wenn das Sonnenlicht auf dich fällt, kannst du die Energie darin spüren. Der kühle Wind bringt ein neues Leben in dich. Es ist nichts anwesend, was dich wirklich niederdrücken kann. Die Welt verschwört sich fast, um dich glücklich zu machen. Da ist eine Freude in der Luft, die du nicht wirklich hervorheben kannst. Aber sie ist da. Das Wichtigste an all dem ist, dass du die Energie zu schätzen weißt. Sie hilft dir zu wachsen und eins zu sein mit der optimistischen Energie der Erde. Und das ist einfach wunderschön. Und du weißt es. Wenn du dich so fühlst, dann tweete eine Affirmation aus und teile sie mit der Welt. Ich danke dem Kosmos für alles. 7. Sei offen für das Universum mit einer Absicht Es ist zwar in Ordnung, dem Universum gegenüber offen zu sein. Aber pass auf, dass du nicht wieder verloren gehst. Deshalb musst du auch eine Absicht haben, wenn du so offen für den Kosmos wirst. Etwas Magisches wird stattfinden. Aber du solltest darauf achten, dass die Magie nicht verblasst. Du solltest sie auf den richtigen Weg lenken, damit du in deiner Welt einen Unterschied machen kannst. Mach eine Bewegung, um deine Träume wahr werden zu lassen. Lass es geschehen. Denn das Universum ist mit dir. Sei bereit, die Energie des Universums anzunehmen. Das Universum spricht für dich und steht neben dir. Es gibt viele Zeichen, um zu zeigen, dass es bei euch ist. Was brauchst du noch? Es ist jetzt nicht die Zeit, Widerstand zu leisten. Lebe einfach dein Leben und lass es geschehen. Während du mit dem Universum ausgerichtet wirst, kannst du auch das alte Manifestationsritual ausprobieren, um eine tiefere Verbindung zu entfachen. Lass die Energien des Kosmos dich auf deine Träume lenken und alles geschehen lassen. Alles, was du tun musst, ist ein bisschen Vertrauen zu haben und dir selbst ein bisschen zu vertrauen. Du kannst Wunder bewirken. Was ist das, was du tun musst, ist das, was du tun musst. Untertitelung. BR 2018